Das Modalitätsprinzip Verbinden Sie komplexe visuelle Inhalte eher mit gesprochenen statt geschriebenen Erläuterungen. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln eine Präsentation für Ihre Lernenden, mit der Sie eigenständig arbeiten sollen. Sie nehmen Bilder in die Präsentation auf und erläutern sie auf den jeweiligen Folien schriftlich. Eine übliche Art, Folien zu gestalten. Dennoch schöpft diese Art der Kombination von Bild und Text das lernförderliche Potenzial von Materialien noch nicht aus. Wir lernen nämlich tiefergehend, wenn Abbildungen mit gesprochenem anstelle von geschriebenem Text versehen werden. Warum ist das so? Das Arbeitsgedächtnis bearbeitet einkommende Informationen im visuellen und auditiven Kanal, allerdings erst, nachdem relevante Informationen ausgewählt wurden und das in beiden Kanälen, die kapazitätsbegrenzt sind. Bei gleichzeitiger Präsentation von geschriebenem Text und einer Abbildung, einer Animation oder einem Video, leisten aber nur die Augen ihren Anteil. Es finden bloß visuelle Selektionsprozesse statt. So kann es zu einer Überladung des entsprechenden Kanals im Arbeitsgedächtnis kommen, während der auditive Kanal nichts zu tun hat. Im Sinne des Modalitätsprinzips ist es deshalb kognitiv entlastender und damit lernförderlicher, die Informationen auf den visuellen und den auditiven Kanal aufzuteilen. Lernende können sich dann visuell auf die Abbildung, die Animation oder den Film fokussieren, während sie parallel auditiv folgen. Verbinden Sie also visuelle Inhalte eher mit gesprochenen statt geschriebenen Erläuterungen, um auf diese Weise den visuellen Kanal zu entlasten und Informationen zeitgleich über beide Kanäle des Arbeitsgedächtnisses aufnehmen zu lassen. Das Modalitätsprinzip gilt insbesondere für Medien, die viele visuelle Informationen in kurzer Abfolge präsentieren oder aus anderen Gründen sehr komplex sind, zum Beispiel, weil eine Animation zügig abläuft und eine größere Menge geschriebener Text nur kurz erscheint. Bei einzelnen Schlagworten, die zum Beispiel als Erinnerungsstützen eingesetzt werden, ist die Gefahr der Überlastung des Arbeitsgedächtnisses aber sehr viel geringer. Das Modalitätsprogramm detta Das Modalitätsprinzip Das Modalitätsprinzip art